Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Solo und zwar spielen wir heute One in the Chamber. Ähm, oh oh. Gleich zum Spielprinzip. Jeder hat einen Pfeil und der tötet sofort. Ah, nein, ich bin schon so gestorben einmal. Und man muss eben versuchen so viele Kills wie möglich hinzubekommen. Es läuft wunderbar. Ähm, ja, ein Pfeil tötet sofort und mit dem Schwert macht man eben normalen Schaden, glaube ich. Und ja, im Moment habe ich null Kills und wenn man jemanden tötet, bekommt man wieder einen Pfeil dazu. Äh, das vielleicht erstmal dazu. Und jetzt versuchen wir uns mal aufs Spiel zu konzentrieren. Guck mal, wenn wir da... Ah, verdammt! Bewegt er sich tatsächlich noch im letzten Moment? So, jetzt haben wir keinen Pfeil mehr. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als hier mit dem Schwert drauf zu gehen. Komm, 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 komm. Verdammt, wir wurden von irgendeinem Pfeil erwischt. Oh, 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 shit, 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 shit. Ah, ich habe, hätte eher auf den... Ich glaube, wir sind schon fast draußen. Vielleicht kriegen wir jetzt hiervon mal ein. Oh, das läuft super. Das läuft super. Nein! Ich glaube, wir sind schon raus, ne? Ja, wir sind schon raus. Erste Runde vorbei, wir haben null Punkte. Ich habe gestern ein bisschen dazu geübt. Das kann man vielleicht dazu sagen noch. Wir können jetzt hier so ein bisschen rumgucken bei den anderen. Ja, gestern ein bisschen geübt. Aber davon scheint ja heute nicht mehr allzu viel übrig geblieben zu sein. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich! So, und da sind wir auch wieder in der zweiten Runde. Am besten, man versteckt sich immer am Anfang so ein bisschen, dass man nicht gleich weggeballert wird. Gleich geht es auch schon los. Ah, voll verzogen. Ich dachte, der rennt noch ein bisschen geradeaus weiter. Komm, 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 wir müssen nicht... Nein, oh, ja, sehr gut, der Fall ging daneben. Komm, 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 komm. Ja, wir haben ihn eingetötet und jetzt haben wir wieder einen Pfeil. Oh, oh. Nein, aber wir haben ihn auch noch getroffen, glaube ich. Ich glaube, wir haben ihn auch noch getroffen. Sehr gut, den haben wir auf jeden Fall getroffen. Kann sein, dass er zwar auch gerade jemanden erwischt hat, aber auf jeden Fall machen wir endlich mal zumindest ein paar Kills. Ah, shit. Beide daneben. Na, komm, du ins Wasser, komm. Geh ins Wasser mit dir. Oh Gott, wir sind fast tot. Oh Gott, ein Schlag noch, komm. Nein, wir sind gestorben. Ach, egal. Immerhin schon ein paar Kills. Ist ja schon mal besser als nichts. Mal gucken, ob wir hier irgendwo jemanden finden. Sehr gut. Sehr gut. Immerhin mal. Es läuft. Einigermaßen. Ich war auch gestern einmal gar nicht so schlecht. Einmal ging es. Hätte schlechter laufen können. Aber erster geworden bin ich auf jeden Fall nicht. Juhu. Ah, Mist. Der ging daneben. Komm her, komm, komm. Okay. Wunderbar. Haben wir zwei Pfeile sogar. Oh, hau ab. Hau ab, sag ich dir. Weiterhin zwei Pfeile. Mist. Oh, Mist. Der hatte tatsächlich auch zwei Pfeile. Wer hätte damit gerechnet? Komm, einfach rauf, einfach rauf, einfach rauf. Ach, keine Ahnung. Nicht geklappt. Aber egal. Dann könnt ihr auch so einen interessanten Kill-Counter einfach mal mit einbauen. Oh. Oh, oh. Oh. Hinter mir war einer, oder was? Ah, Mist. Habe ich erst gar nicht gecheckt. Ist hier hinten einer lang gerade. Dich holen wir uns. Nein, der war zu flach. Shit. Egal, komm, nicht kriegen wir. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Er darf uns nicht bemerken. Oh, oh. Hinter uns ist einer. Komm, 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 komm. Ah. Okay. Aber wir leben noch. Noch sind wir nicht draußen. Die Runde dauert auf jeden Fall schon mal länger als die erste. Von daher. Vielleicht steigern wir uns in der nächsten Runde ja nochmal ein bisschen mehr. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Außerdem habe ich als Ausrede, ich muss nebenbei aufnehmen. Und mich auf das Wesentliche konzentrieren. Also, aufs Unterhalten irgendwie in irgendeiner Form. Auch wenn ich das, glaube ich, gerade gar nicht mache. Sondern mich tatsächlich aufs Spiel konzentriere. Und irgendwas von mich hin brabbel. Aber manche Let's Player werden ja auch damit erfolgreich. Oh, das werden wir nicht schaffen, oder? Ich hätte den Bogen nicht spannen sollen. Nee, hätte ich nicht tun sollen. Der hat wahrscheinlich noch alle Pfeile. Ich glaube, Sturzschaden gibt es hier auch nicht. Oh. Da ist die Runde vorbei. Okay, wir gehen mal in die nächste Runde. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Dritte Runde ist es jetzt. Und was ich noch gar nicht erkläre... Oh, hier geht's hier nach oben. Ich glaube ja. Oh Gott. Komm, 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 komm. Verdammt, ich war zu langsam. Ähm, was ich noch gar nicht erklärt habe, ist, warum überhaupt... Let's... Oh, shit. Der war schlecht. Der aber auch. Warum überhaupt Let's Solo heute rauskommt am Mittwoch. Oh, oh, oh. Und zwar liegt das Ganze daran... Komm, jetzt müssen wir da rein. Da rein. Jetzt, komm, 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 komm. Ja, sehr gut. War geschwächt, nämlich. Ähm, und zwar liegt das Ganze daran, dass mein alter Laptop im Moment nicht... Oh, shit. Nicht allzu gut funktioniert. Mist. Beziehungsweise gar nicht. Ähm, das Ladegerät funktioniert irgendwie nicht mehr und deswegen... Und der läuft nur noch auf... Auf Akku! Oh, oh. Tschüss. Wow. Äh, der läuft nämlich nur noch auf Akku und deswegen... Ist das momentan problematisch mit Stronghold? Oh, shit. Von hinten kam irgendwer. Mit Stronghold und mit Pokémon. Ich, äh, weiß nicht, wann die beiden Projekte weitergeführt werden. Kann sein, ähm, dass bei... Oh, Mist, von hinten wieder. Dass das jetzt erstmal, äh, pausieren wird. Ein Weilchen. Komm raus. Trau dich. Mist. Traut sich nicht. Nicht so richtig. Und jetzt, was soll ich mit meinem Fall machen? Komm her. Sehr gut. Hat sogar geklappt. Gut, dann haben wir den Fall ja doch irgendwie noch bewerten können. Ja, ich hoffe, dass das eben schnellstmöglich weitergeht. Mit Pokémon und Stronghold. Äh, ich versuche mir auch heute noch... Was? Ah, verdammt! Heute noch, äh, ein Ladegerät zu bestellen. Ladekabel, Ladegerät. Ja, ich schließe meinen ganzen Laptop an irgendeinem Gerät an. Komm her. Ah, ich hab gehofft, der läuft jetzt einfach rein. Ja, ja, ich hab dich doch gesehen. Ich hab dich doch gesehen. Oh, Mist. Oh, Mist. Das war's auch schon wieder für diese Runde. Okay, ich würde sagen, eine machen wir noch zum Abschluss. Und dann reicht das für dieses Letz Solo für heute. So, weiter geht's. Ähm, diese Map kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Okay. Letzte Runde für heute. Mal sehen, wie wir uns anstellen. Bogen haben wir ausgewählt. Da unten ist auch schon jemand. Ah, Mist. Okay, egal. Komm. Auf in den Kampf. Mann, wie... Boah, wie die... Jo, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich lauf mal einfach ein Weilchen weg. Huch, was ist hier? Keine Ahnung. Nein. Ah! Man muss die Hand schon immer gleich auf dem Bogen haben, ne? Huch. Ist der einfach stecken geblieben? Wir gehen mal hier ins Dunkle, wo YouTube nichts sieht. Wo YouTube gar nichts sieht. Mann! Das war doch Taktik, oder was? Jetzt spawn ich sogar hier drin. Ich seh gar nichts. Nichts. Ey, ist das unfair, ne? Ist das unfair. Was für eine schreckliche Runde. Wir gehen hier lieber raus. Hier ist es mir ein bisschen zu dunkel drin. Und zu arschig. Oh! Auf jeden Fall Glück gehabt, dass wir hier nicht getroffen wurden. Komm mal her, mein Freund. Oh, Mist! Da ist der Weihnachtsmann. Ja, kloppt euch mal um. Kloppt euch... Mann, da bin ich schon wieder... Also die letzte Runde ist echt für den Arsch. Kann man so sagen, oder? Ganz bescheiden. Wir sind wahrscheinlich schon gleich tot. Kaputt. Ich seh ja auch kaum einen hier. Diesen Berg. Was weiß ich mal, was für eine komische Map ist. Bin ich ganz alleine? Ich hab gewonnen, oder? Ich hab gewonnen. Ich lebe noch. Als einziger. Okay, da unten. Das Action. Aber den treffe ich doch eh nie im Leben. Ich hab getroffen, oder? Hab ich den getroffen? You earned one token. Yay! Geil! Von hier oben war gar nicht so ein schlechter Schuss, oder? Dafür, dass ich recht wenig mit dem Bogen mache, auch im Let's Play, ist das doch, denke ich, ganz in Ordnung. Guck mal, da unten ist noch einer. Ja, wenn ich nochmal treffen sollte, gute Nacht. Aber die Pfeile fliegen ziemlich komisch, oder? Sieht so aus, als wenn die immer irgendwo hängen bleiben, weil die fliegen richtig. Damit kann man natürlich super abschätzen, das Ganze. Oh, wir müssen schnell dahin. Sehr gut. Wo ist er hin? Komm her. Komm her. Mann, ich bin schon wieder tot. Okay, das war's. Huch, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich hier gelandet? Hier kann man sich durchschlängeln irgendwie, oder? Nee. Nicht so ganz. Ich würde sagen, das reicht dann wirklich für dieses Let's Solo. Wie kann man wieder nach unten? Ich, ich hab keine Ahnung. Okay, das war's dann wirklich. Ähm, ein Mittwochs Let's Solo. Ein Mittwochs Let's Solo. Meine Güte. Ähm, ausnahmsweise mal, ich weiß nicht, ob es beim nächsten Mal genauso sein wird. Also nächsten Mittwoch, ob wir da immer noch, ähm, ja, ein Let's Solo haben. Ähm, oder was auch immer. Wobei, nächsten Mittwoch eigentlich nicht. Ich denke, da wird schon das neue Projekt starten. Und zwar The Walking Dead Season 2. Werde ich Let's Playen. Und das soll am Dienstag rauskommen. Denn wird am Mittwoch wahrscheinlich auch schon der erste Part online sein. Vielleicht auch Dienstag, äh, wobei Dienstag ist voll. Also wird's wahrscheinlich Mittwoch kommen. Gut, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag im nächsten Let's Solo wieder. Da nehme ich zusammen mit meiner Freundin höchstwahrscheinlich auf. Das erste Mal, Premiere und so. Und mal schauen, wie das ankommt. Gewünscht wurde es sich ja. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin und tschüss. Bis dahin.